Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Snipperclips. Wir gehen jetzt hier direkt weiter zu Freier Eierfall. Da werden wir mal reinschauen in den neuen Level. Was uns hier erwartet. Bereit los. Da ist das Ei. Wir sind hier. Und nun? Können wir da was machen? Nö. Was sollen wir hier tun? Was hat das mit den Eulen auf sich? Die Eulen machen quasi nach oder denen passiert, was uns hier passiert. So. Und jetzt nehmen wir ihn und schnippeln. Oh. 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 Das ist ja gemein. Das Ei müssen wir so wie es aussieht langsam runter schnippeln. Wie machen wir das am besten? Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Wir schneiden den gelben schräg an. Den gelben schneiden wir schräg an. Und zwar genau. So. Oh. 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 So sollte das nicht funktionieren. Aber vielleicht geht's ja so. So. Jetzt lassen wir das Ei mal in den Roller fallen. Und jetzt fühlen wir es langsam nach unten durch. Oh. So war es auch nicht gedacht. Gut. Wir müssen den Rosen auch anschnippeln. Aber in die andere Richtung. Hm. So. Den dringen wir erstmal so. Und den Rosen. den drehen wir so. Und schnippeln wir dann. So stehen bleiben. Genau. Schnippeln. So. Jetzt. Jetzt haben wir was. Jetzt haben wir was. Das drehen wir so. Und Rosalie. Rosalie drehen wir jetzt so. Jetzt kommt das Ei an. Da. Und. Komm schon. Äh. Und- wo soll sich immer abwechseln. Haiaiaiaii. Oh. Rosalie dorthin drehen. Hat geklappt. Jetzt sind wir gehen weiter und sehr schön ist dort gelandet gelben wird rosa die zum gelben weiter dürfen wir nicht und jetzt unseren gelben freund hier ein stück ganz vorsichtig ganz vorsichtig wir wollen das eigentlich zerdrücken so und jetzt kommt rosalie noch mal ja da klemmt das alles spiel ausgetränkt so und es kommt Es ist drinne! Gut gemacht! Jawoll! Kein leichtes Level, Leute! Kein leichtes Level! Da hat man schon was zu tun! Oh, jetzt kommen die Neuen! Jetzt kommen die Neuen! Jetzt haben wir 8 von 10 Schlössern. Voll in Form! Das fangen wir jetzt mal wieder an. 2 Sie muss so sein. Okay. Das wir mit ihm erst mal so. Und ein bisschen bücken. Ich bin glücklich, dass das hier nicht mehr Zeit geht. Ja, komm schon! Jawoll! Das sieht auch gut aus. Jetzt drehen wir ihn noch in Position. Auch sehr schön geklappt. Und jetzt schneiden wir mit Rosalie hier wieder. So. 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 Und bringen sie wieder in Position. Und? Es ist ein Zeitung lesender Hund. Ein Zeitung lesender Hund. Zeitung lesen. Okay. Dass er einen Anzug trägt. Auch okay. Aber ein Hund? Warum und? Warum und? Na ist ja egal. Dafür ist es ein fetter Hund. So. Nächster Level. Ja. Wir machen hier Glühbähnchen Nummer 2. Äh. Gut. Da ist das Glühbähnchen drin. Schlage vor. Wir schnippeln ihn da mal so ein Stückchen weg. Und unten sehe ich den Stift. Da ist ein Stift. Da ist ein Stift. Da ist ein Stift. Den haben wir gesehen. Den haben wir gesehen. Ja. 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 Und mit ihr drücken wir einfach die Sachen darüber. Ah. Und jetzt müssen wir das Glühbähnchen noch dahin bekommen. So komm her. Ja komm schon. Wo ist denn hin? Du alles. Pinchen. Komm her. Komm her. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Was hast du denn vor? Komm hoch. Komm hoch Glühbähnchen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. So und jetzt noch. Oh 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 oh. Oh oh oh. Da ist es schon am Staucheln. So. Da sind wir's. So. Genau Flickho, 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 Flickho. Immer schön los. Immer schön los. Immer schön los. Immer schön los. Los komm. nicht runter fliegt fliegt du mieses bienenvieh so endlich haben wir es gefangen das hätte auch leichter sein können allein das bietchen hat sich gewährt und wir haben noch mal wieder ein städtchen wir waren jetzt aber bowling korp bowling korp wie soll denn das bitte so weiter ja wir müssen wieder jemanden zurecht schneiden springen da kommt er ja nicht viel weiter so wie machen wir das jetzt am besten versuchen so sinnvoll wie möglich hinzubekommen mit lassen und hoch und das kann ja was werden mit der bowlingkugel streng ich an so weit schwerer jetzt kommt ich habe die idee ich habe die idee ich habe eine ganz grandiose idee wir haben dagegen packen sie hier hin jetzt wird die bowlingkugel gerne nochmal kommen das hat geklappt das hat geklappt das benutzen wir sie und ziehen uns darüber langsam aber sicher langsam aber sicher und Stämmen jawoll jetzt mit ihm Stämmen und hüpp und drehen 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 wir haben es geschafft ja das ist sehr schön gar nicht mal so leicht aber es hat geklappt bowlingkugel ist drin und jetzt schnippeln wir wieder warum und wie wir schnippeln jetzt müssen wir mal gucken wie wir das am besten machen so 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 runter bücken noch ein Stück drehen ja so ist es gut so 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 ist es gut so ist es gut nicht zu weit gehen nicht zu weit gehen nicht zu weit gehen nicht zu weit gehen so jetzt noch oben weg ach das hat schon gereicht und zack hat der Skispringer eine Rampe wuuu ah wir wollen es doch schöner machen so und so wie es sein sollte hier unten auch nochmal so so sieh an sieh an mit Rampe und wo fliegt oh ärgerlich schade gut auch geschafft und das war und Schnitt 2 und das kommt angespitzt angespitzt ähm was sollen wir anspitzen warum und wie ach so ok ich glaube ich habe da schon mal etwas in dem Trailer gesehen aber es ist ja eigentlich auch nur so 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 ducken 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 genau das ist gut so haha so jetzt stellen wir ihn dorthin und sie darf da einen Knopf drinnen haha oh ähm sie sollte nicht im Weg stehen wir lassen sie einfach mal hier vielleicht so oh wir lassen sie einfach mal hier vielleicht so warte mal warte mal wir müssen ja richtig genau da in den anspitzen ne ja ja sie soll oh oh der ist weggespitzt das war ein bisschen überall frisch da und wir haben freier fall wieder mal ja, 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 ja da unten sind die ja ja und die beiden ok lila muss hinten rein das war glaubt das war glaubt das war falsch da mal jetzt müssen wir das eine rüber bekommen können wir nie so um geht es nicht so nee also so jawohl kommen wir ja so gelb ein stück drin gelb ein stück ja schade jetzt jetzt und es kommt es ist da es ist super vielleicht klappt es ja so einfach so kommt schon jawohl nein toll doch nicht zurück dieses ja 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 sehr schön und ja sehr schön so runter drinnen und noch einmal und ja bleibt drauf bleibt drauf und rüber und es hängt jetzt mit nur zwei das kann man sehen falsch falsch so ein stückchen rollen lassen und die drei lassen los über geld ok dann müssen wir das anders machen so genau das ist drauf und da kommt es und da wollte es los los rollen weiter und es ist drin es hat geklappt ist das schön ist das schön so das kriegen wir auch hier hin so machen wir das gleiche einmal eben drum drehen gelb benutzen und da kommt es und es ist drin juhu ei 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 oh 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 puh du meine Güte was wie sollen wir das denn machen das beste wäre es wenn es so geht ja ich denke schon und hier müsste es dagegen und rüber rollen jawohl das hat schon mal so geklappt so so verkeilen alles oh wir haben es kaputt gemacht ach ne ich sch«itte und das ist ja wieder gegen gelaufen jetzt befickte ich doch genau jetzt aber einfach so genauso und hochkeilen so so das ist doch doof das ist nicht so einfach das ist nicht so einfach meine freunde klar natürlich natürlich warum denn nicht gleich so so bing über rüberschieben so jetzt haben wir es immer einmal kaputt gemacht das war absicht so damit das erstmal rüberrollt genau da kommt es da kommt es von jetzt kommt es noch mal so bleibt da bleibt da genau kommt zurück weggeschmissen gut das hat schon mal geklappt das rein hat das ganze funktioniert so war das nicht geplant sondern jetzt brauchen wir eine kerbe bei ihm machen machen am besten ich glaube am besten so so jetzt haben wir das gleiche spiel nochmal so können das direkt über rein lassen das hätte so fast ist so so und ja hat das nicht gut geklappt es hat so schön geklappt so gut geklappt das ist doch ganz toll neue welt freigeschaltet radikal retro das hat doch super duper geklappt mensch haha ja und dazu war ich an dieser Stelle vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal bei zweiter E-Netz-A-R-Lövs bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal